Jetzt wollen wir es wissen. Wird Neubrandenburg die aktivste Stadt Deutschlands und gewinnt 100.000 Euro für den Sport? Ihr könnt es mitentscheiden. Und wir von Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern sind live dabei beim großen Finale von Mission Olympic. Hallo, ich bin Sonja Kesselschläger, Siebenkämpferin vom SC Neubrandenburg, Sechste der Olympischen Spiele. Ich mache normalerweise sieben Disziplinen an zwei Tagen. Ihr habt die Möglichkeit, am 1. Juli-Wochenende in Neubrandenburg über 100 Aktivitäten auszuprobieren. Vom Bullriding über Tischtennis bis hin zu einer 12 Meter hohen Eiswand ist für Jung und Alt was dabei. Also, Turnschuh geschnappt, runter vom Sofa und ab nach Neubrandenburg. Mission Olympic, das Festival des Sports. Vom 3. bis 5. Juli in Neubrandenburg.